Ich fühle mich sehr sicher, weil es eine Klinik ist, gerade in dieser Corona-Zeit, die sauber, hygienisch auf dem neuesten Stand ist und man kann sich eigentlich sicher fühlen. Es ist auch eine wichtige Sache, dass man am Anfang getestet wird, die Mitarbeiter getestet sind, die Hygiene eingehalten wird und man selber auch den Test bekommt, den man jetzt benötigt, um zurückzufahren. Die Zangezuntheit ist wichtig, weil das der erste Eindruck eines Menschen ist, wenn man sich bekannt macht oder wenn man mit jemand anderem redet und man dann keine vernünftigen Zähne aufweisen kann, ist man unsicher und man hat eben Angst, dem anderen gegenüber zu treten. Die Kundenbetreuung ist außergewöhnlich gut, die ist sehr, sehr freundlich und sehr zuvorkommend. Ich fühle mich, wie gesagt, zu jeder Zeit sicher. Modern, hygienisch, freundlich.